Untertitelung des ZDF, 2020 Schau doch an die noch eine Karte Der wird nicht da so Die Stirn, die sich da vordrängeln Oder ist man da so verloren? Da mal Eilig Mauch ich den mitnehmen Wen? Die Hausten? Ja Ich bin mitnehmen Schau mal, der kleine Brust Schau mal los Der will nicht Der will nicht Der will nicht Du musst ihm das schon lassen Haben dir eine Freude, wenn du ihm das gibst? Ja Damals Da sind wohl viele Hosen Ja Die kriegen auch wieder kleine Verlustung 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 Und wieso ist er da jetzt schon so viel? Ich Sie weiß es nicht Okay Und wieso ist er in verschiedener Farbe? Ja Je nachdem, was denn wir essen Nein, das ist nicht da Das ist ein Karnickel Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Schau jetzt um seine Plätsche durch Schau da Der hat die Plätsche durch Und sie ist genug Ja Schau sie sie streiten Ja um die Plätsche Seien sie durch damit Ich mache die Hände auch Oh Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn da? Ja Was ist denn da? Ja der tut nicht Kann ich runter fliegen? Ja der fliegt da noch Schau sie mal um ihn Ich sehe du zum Flottern Ja der flottern sie auch Was soll ich schau pen Ich lasse nun um ihn A ticken Schau sie zu Was sagst du da überhaupt? Ich lasse sie Ich lasse ihn Ich lasse ihn Du siehst du siehst Du kannst nur einfach in die binden Ich laugest du Ich laugest ihn Das hast nur jemand Wenn Corona Ja wegen Corona Da habe ich den Wald, die Hosen anstecken. Da kriegen sie noch Corona. Aber jetzt los noch mal, kannst du da einfach klein gehen in den Stall? Oder wie ist das jetzt, der Erzeuger? Die haben Hunger. Da habe ich dich froh, wenn ich etwas bringe für die Hosen. Heute glaube ich wohl auch. Ja. Was? Das nächste Mal hole ich hier die Eier. Heute sind die noch klein. Ja, das haben wir. Vielleicht sind das klein. Nadeja, wir gehen plätschen. Nadeja, es ist nicht so. Schau den durch. Na, lass dich. Ich plätschen. Du, ich halte nachher die Hosen an mich. Ja, dann kriegst du einen Teufler. Schau, jetzt haben sie den Bauch. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt gehen sie bei den Fluchenden wohnen. Ja, noch so gleich, tschüss zu dir. Vielen Dank. Das ist mein Chef. Ja, das ist mein Chef. Und die Mama? Ja, das weiß ich nicht. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Ich höre, der will ja auch für Film dran sein. Ja, das ist mein Chef. So, der hat das dick fixiert. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Und dann kriegen sie morgen wieder. Okay, noch so gleich, tschüss. Ich bin jetzt sechs. Was ist jetzt? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Und dann kommen wir mal. Vielen Dank.